Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Open mit mir und... Mit Mia! Ja schon wieder mit dem. Und zwar sind wir gerade beim Regi und ich habe irgendwie Angst vor seiner Mama. Warum? Ich weiß nicht, die ist so nebenan und ich bin das nicht gewohnt. Auf jeden Fall haben wir da eine XY-Box, voll geil. Mein lieber Schatz hat mir diese besorgt und er ist wieder mein Assistent. Yes! Und ich möchte unbedingt Emolga EX haben. Egal ob Full Art oder nicht. Und ich hoffe ich ziehe sie. Warte, hier sehen ja meine Nägel aus. Ja geht so. Die sieht man ja immer. So, okay. Auf jeden Fall. Oh. Hey! Muss ich das jetzt auch aufmachen? Ich habe es extra nicht ganz aufgemacht. Hier nehme ich den Müll. Ja, der ist einfach... Der Kopf ist so fett. Das ist ein Wasserkopf. Yep. Stütz dich mal an deinem Bauch. So, dann machen wir das hier noch so dran. Ähm. Ich muss auch umknicken. Scheiß auf die Box. Die will hinterher sowieso keiner mehr haben. So, boah. Geil, wa? Ja, okay. Wir gucken uns die Artworks an. Ich fand die mega gut. Aber gut, machen wir einfach mal auf. Ja. Aufmachen! Ja, erzählst du den Leuten mal was zu den Karten. Was denn für... Was denn? Ich weiß nicht. Was soll ich mal erzählen? Was gibt es da für Karten? Das wollte ich so während des Openings machen. Also ich habe ja meistens, wenn ich die Packs aufmache, weißt du immer dann zwischendrin so. Okay. Auf jeden Fall hier wieder Code-Karten, wie immer. So. Die sie mir schenkt. Bitte? Für mein Let's Play. Bitte? So. Wir haben hier einmal ein Wall Beach. Achso, das sind englische Karten, weil es billiger war. Äh. Oh mein Gott, mir ist gerade der P-Name eingefallen. Wie heißt die? Wie heißt das noch? Inekoro? Ich. Fletchinder. Ich weiß manche Namen leider nicht auf Deutsch. Deswegen werde ich sie einfach auf Englisch vorlesen. Chespin. Oh, Kampfenergie. Swolix. Wartet mal. Das fokussiert hier irgendwie nicht. Und sorry, falls das Licht kacke ist. Wie gesagt. Phantom. Lillipop. Oh, Pikachu-Rivers. Das ist geil. Und Sami. Das ist die Rare. Das war ja die richtige Box. Mit der Pikachu-Rivers. Ja, ne? Gleich für meine Mappe. Und zwar gibt es hier... Was gibt... Es gibt Skamory EX... Also Panzer-Aeron EX. Es gibt Xyanias EX. Es gibt Yvital EX. Es gibt... Emolga EX. Es gibt... Mega... Turtok EX. Und Mega... Bisaflor EX. Ich glaube das waren alle, ne? Und jede normale EX-Nummer vor Ort. Ja, ja ok. Ja. Das ist ja eigentlich... Aber so halt generell EX, ne? Das war es doch glaube ich. Ja, 6 Stück müssen das sein. Ja. Ok, gut. Pummeluf. Fennekin. Rihorn. Ähm... Wassermack. Hier. Wassermack. Der Wassermack. Sodamack. Genau. Eckens. Mir fällt es grad nicht ein. Braxton. Inikoro. Red Card. Hone Edge. Reverse. Wow. Was ist... Es ist keine Rare. Ja. Und ein Stoutman. Also es ist... Ähm... Ich hab... Also keine... Keine Holos. In dem Set gibt es mega viele Holos. Achso, ich sollte euch vielleicht das Artwork nochmal zeigen. Das ist ja wieder neu. Aber... Ja. Ich hoffe, dass ich ein paar meiner Ones ziehe. Von den Holos möchte ich gerne den... Ähm... Pflanzenstarter. Ja. Und den Feuervogel, wenn es geht. Diglett. Also dick da. Alter dein Licht. Pummeluf. Schelda. Ich weiß es grad nicht. Phantom. Stahlenergie. Evolution Soda. Braxton. Team Flaregrunt. Digger Speedo in Reverse. Und ein Rhydon. Einen Rihorn. Äh... Einen Rizurus. Oh mein Gott. Das war die Rare. Eigentlich. War das Digger wie eine... Eine Rare? Nein, ne? Ne. Eine kann man nicht. Oh mein Gott, Leute. Okay, bisher ist die Box ziemlich scheiße. Wird noch besser, aber so. Ja. Also es ist eigentlich so, dass in... Ähm... So einer XY-Box meistens vier EX sind. Egal ob Mega oder nicht. Und... Ich würd sagen jetzt geschätzt 10 Holos. Und eine Full Art. Ja, eine Full Art. Okay. Ja. Chespin. Schwalbini. Spritzi. Ladybar. Lillipub. Professor's Letter. Brief wahrscheinlich. Lunatone. Max Revive. Buzzy Reverse. Oh mein Gott. Und die Evolution. Ja, da hab ich ja mal richtig Glück gehabt. Was ein Zufall. Habe ich mich gefreut. Und ganz wichtig. Sie haben jetzt eine Altersgabe... Altersfreigabe hier. Ab 6 Jahren. Okay, alles klar. Warum? Wow. Ohne Sinn, ey. Hatten die vorher nicht? Ne. Eigentlich nicht. So, mal gucken. Vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Ich hoffe doch. Hoffentlich. Imole. Ich will nur Imole gehauen. Professor Scythomo. Und wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Professor, äh... Platan. Max Revive. Dodrio. Schwalbini. Praktibalk. Pikachu. Darkness Energy. Weedle. Arbok Reverse. Ist eine Rare. Oh mein Gott. Und ein Bishop. Das ist keine Holo. Nein. Wir haben... Wir kriegen heute keine Holos mehr zu Gesicht, Leute. Ne. Heute ist Non-Holo Day bei mir. Ich glaube, ich hab noch noch schlechtere Box als eine liebe Regi zum Schluss. Das ist übrigens sein Akani, was ich ihm vor ein paar Jahren... Zwei, drei Jahren geschenkt habe zum Geburtstag. Zum 18. Ne? Ja. Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Ah. Und es ist schon voll dreckig. Also falls ihr da direkt dran seht. Du musst halt diese nachher halten. Ah. Ja. Der bringt uns jetzt hoffentlich mal Glück hier. Wie heißt das eigentlich? Purmel, genau. Purmel. Dodu. Bunnel... Ich weiß nicht. Bunnelby. Pumkabu. Boah, schade. Die dunklen Karten sieht man nicht so gut. Bit of Muscle Man. Red Card. Oh mein Gott. Inekoro. Ah, cool. Ist das eine Rare? Ja, das ist eine Rare. Wigglytuff Reverse. Und ein Arbok. Ich weiß nicht, ob ich jetzt weinen oder machen soll. Lachen Sie nicht. Ich lache. Ihr seht es zwar nicht, aber ich lache. Ich finde das hier voll schön. Also ich gebe von Iptal die Boxpackung. Da. Wie heißt denn das? Das Ding einfach. Das Pack. Oh, cool. Wie heißt eigentlich die zweite Entwicklung auf Deutsch? Weißt du das? Von dem Frosch? Äh, Koyutsu. Echt? Koyutsu? Ja. Die zweite meine ich. Ah, die erste meine ich. Ah, das war Amphizzle. Amphizzle, genau. Amphizzle. Pantimus. Gerger. Fletchling. Fennekin. Das süße Wolterball. Chespin. Schwalvini. Das süße Wolterball Reverse. Oh, nice. Unsere erste Holo. Jetzt kann ich auch mal den Holo-Effekt zeigen. Das ist diesmal, sind es keine Striche, sondern einfach nur Regenbogen. Ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Aber es ist, ähm, fett. Gurghast. Naja, auf jeden Fall unsere erste Holo. Pumpkin. Pumpkin, genau. Das süße Wolterball. Das süße Wolterball. Einmal Normal, einmal Reverse. Das muss jetzt nochmal sein. Um mir einen reinzubürgen. Weil da kam eben in seinem Packs dreimal süße Pokum und dahinter dann Wolterball am Ende so. Äh, süß. 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 Evolution Soda. Dieser Kokon da. Spupa. Professor aus Brief. Stern Du. Swirlix. Purmel. Dodo. Bunnel Bee. Pummel of Reverse. Und ein Vicky Tough nochmal. Wow. Bei mir hat's auch scheiße angefangen. Ja, bei ihm hat's auch kacke angefangen, aber... Hier, ich glaub, die habt ihr noch nicht gesehen. Auch episch, ne? Und Glurak ist dann im nächsten Set. Glurak EX. Und... Allgemein Glurak. Das soll irgendwie Torchflame heißen oder sowas. Meinte der Regi. Also falls das falsch ist, bitte ihn blamen. Was? Ehehe. So. Oh mein Gott. Lunastein. Sonnenstein. Ne. Sonnfell. Sonnenstein. Daudri. Spoink. Pawnyard. Fletchling. Fennekin. Voltoball. Lillipub Reverse. Oh! Und ein Turtalk EX. Das nicht nach einem Tausch. Ja. Ich gucke noch, ob ich tausche gegen Emolga, weil er möchte Turtalks EX haben. Turtalks EX und ich möchte Emolga haben. Ja. Aber ich bin noch am überlegen. Was? Falls ich jetzt ein eigenes Emolga ziehe, muss ich mir das nochmal... Weil ich würde keine Full Art gegen eine normale EX kaufen. Ne. Also wenn er mir die Full Art geben müsste, weil dann würde er ja Verlust machen, ne? Ist doch egal. Ja gut dann. Hab ich nix gesagt, Leute. Team Flaregrunt. Ledian. Sonnfell. Spoink. Pornyard. Pummeluf. Fennekin. Rihorn. Das ist eine Rare. Und Simi Seal hier. Oh mein Gott. Erstes Double. Oh mein Gott. Alter. Ich hätte nicht sagen sollen, dass sie süß aussieht. Das ist mein Verhängnis. Sonst hätte ich auch kein Voltable Reverse bekommen. Ey, warte. Das ist ein anderes. Bitte? Nein. Oh, das ist ein anderes? Das ist ein anderes. Oh, das war ein anderes, Leute. Hab ich nicht gesehen, weil die beiden... Ich hab neunzig nie gewonnen. Oh, cool. Okay, dann hab ich nix gesagt. Alles gut. Ist ja für meine Sammlung wichtig. Team Flaregrunt. Dublade. Dunspaas. Froakie. Sandile. Diglett. Jigglypuff. Sheldah. Girdle Reverse. Es ist keine Rare. Eine Common glaube ich. Oder an Common. Oh, nice. Und ne Rhyperia Holo. Episch, oder? Ich finde das sieht irgendwie so... Also bei der Karte sieht's cool aus. Da passt der Holo-Effekt voll. Weil hier die Farbe stimmt mit dem egal. Hören wir lieber auf. Die müssen das wie bei der ersten Gen machen. Ja, die erste Gen war am schönsten. Was die Holos angeht. Das war so glitzerig. Und dann hier die koreanische. Ich bin hier gerade dabei zu öffnen. Ihr seht die ja jetzt. Ähm. Da sehen die auch echt episch aus. Da bin ich ja voll ausgerastet. Bei Infernape. Ja, bei Infernape. Herdia. Greatball. Spuper. Ladybar. Sandile. Diglett. Schwalbini. Eckens. Redcard Reverse. Oh mein Gott. Und ein Bishop das zweite. Boah, die Box hasst mich. So früh schon Doubles ist echt bitter. Aber gut. Wie, ich kann nie in das Video gucken. So. Von der Seite. So. So. Da bringe ich dir Glück. Pass auf. Ja, er muss mir Glück bringen. Crocorock. Flashfire heißt es. Flashfire. Ah, so heißt die neue Box dann. Mit Glurack. Flashfire, genau. Rollerskates. Oh, das süße. Electrode. Honedge. Froakie. Bundlebee. Sandile. Oh mein Gott. Voltoball. Spritzi. Reverse. Und ein Konkelbuch. Na, ich brauch das ja noch, ne. Ich hab's noch nicht für die Sammlung, okay. Aber ich möchte ein paar mehr Holos. Das wär schon nett. Ich mein, ich bin ja sonst nicht gierig. Aber das ist meine einzige Box. Die kostet, ich hab dafür 90 gegeben. Ich weiß nicht, ob sie eigentlich mehr kostet. Also eigentlich mehr. Ja, sie kostet eigentlich mehr. Wahrscheinlich kostet sie sonst 120. Ne? Doch schon. Also. Braixen. Crocorock. Muscleband. Venipede. Riglypuff. Ladybar. Sandile. Diglett. Oh mein Gott. Malama. Reverse. Man sieht's eigentlich kaum, aber so ein bisschen. Maustos. Oh mein Gott. Gibt's mir doch wenigstens eine Rodo, wenn keine EX. Aber ich hab noch ein paar. Ey, nicht aufgehend. Weil mir was am Anfang auch voll schreit. So, wenn ich... Am Anfang wieder dieses Jigglypuff, ne. Wenn ich das schon seh. Jigglypuff. So. Also hier in der Cam mach ich immer diesen Trick, ne. Falls ihr euch wundert. Shauna. Ilomise. Super Potion. Jigglypuff. Slugma. Honage. Froakie. Bundle B. Bundle B. Reverse. Oh. Und Yveltal. Yveltal. Wie auch immer. Yveltal. Yveltal. Ich find's sehr schade, dass die keine Hole bekommen haben, sondern einfach nur das. Das. So. Die sind so viel wert wie ein... Simi Sage. Also das ist schon bitter. Die Holos gibt's in den, äh... Team Next. Ja. Als Promo, denk ich mal, ne. Ich mein schon. Ja. Das ist meistens so, dass die dann nochmal vielleicht da ne Hole kriegen, wenn sie Glück haben, aber sonst... Damals war es dann Schilderos, was ne Hole bekommen hat. Heute sind's dann die Legis, die dann ne Hole bekommen. Schon traurig. Ja. War so. Evosoda. Breixen. Team Fairground. Fletchling. Swirlix. Style. Pantsir. Chespin. Dafür möchte ich ne Reverse. Spike. Ist auch okay. Oh mein Gott. Und Rizzeros schon wieder. Also irgendwie ist mein Glück heute nicht so. Aber du hast ja noch ganz viele zu öffnen. Ja. Doch schon. Aber trotzdem ist immer deprimierend, wenn man so sieht. Oh mein Gott, die hab ich schon. Und das so früh. Aber du hast ja noch ganz viele zu öffnen. Okay jetzt gerade mit Pikachu an, vielleicht ist das ja ein Zeichen. Pikachu. Pikachu. Oh cool. Die hab ich auch noch nicht. Double colorless in a real. Rollerskates. Dancebars. Pikachu. Pantsage. In Energie. Ich hätte was was Falsches gesagt. Vanipede. Jigglypuff. Ich dachte schon das wär die Re... Oh cool. Go Goat Reverse. Oh. Eine Reitschuholo. Das passt perfekt. Das dient ich schön. Ich find die voll cool. Hab ich wieder was für meine Mappe. Du hast eben gesagt, jemand bringt Glück. Ja. Akani bringt mir Glück. Und mein Schatz natürlich. Und das Go Goat war sogar eine Rare. Ja stimmt, das Go Goat war eine Rare. Die gibt's auch als Holo. Also find ich sehr cool. Hätte ich mich auch über eine Holo Go Goat gefreut. Ich mag nämlich Go Go. Go Go. Go Go. Go Go. Das geht schon ab. Also ich weiß nicht. Ich find das gut. Mir gefällt das. Oh. Heart Charm. Double Colorless Energy. Digga Speedo. Staryu. Warten wir näher dran. Dodo. Pumpkabu. Schon wieder das. Jigglypuff. Slugma. Pantsage. Reverse. Und wisst ihr wo ich voll, wirklich voll traurig wäre, wenn ich eine Panzer-Eron-EX bekommen würde. Da wär ich so traurig. Oh. Ja. Nice. Ne Chestnut. Holo. Mir ist gerade das Wort entfallen. Epic. Gut. Ja. Gut. Da hab ich schon mal ein Wand. Ein Wand. Ne zwei. Raichu wollte ich auch. Aber das hab ich vergessen. Raichu. Pussies. I'm in love. Yes. Ja. So. Mix Revive. Oh. Guckt euch das mal an ey. Da war ich voll geschockt, als ich das gesehen hab. Sableye. Dodri. Sandile. Das süße Woll. Tobal. Skiddle. Skaterbuck. Also Pummel. Weedle. Konkelo. Schon wieder. Ach ne. Gerder Reverse. Ja ok. Doppel Reverse ist echt ein bisschen traurig. Und ein Crookedile. Keine Holo. Ey du hast jetzt zwei Holos hintereinander gehabt. Ja aber ich möchte keine. Also die Gerder Reverse. Das war schon echt ein bisschen bitter jetzt. Nein. Geil. Geil. Oh. Und ich würd sagen. Wir machen einen kleinen Cut. Ich hab gar nicht gemerkt, dass wir schon so lange haben. Und äh. Ja. Ich hab die Scheiße jetzt aufgemacht. Kacke. Egal. So. Ich bereit. Also ich warte bis zum nächsten Mal. Ich bin Zeuge, dass sie nichts macht. Ja ich. Hier. Ich hab. Hier. Das ist alles ich. Fest. Ok. Bis zum nächsten Mal Leute. Zum zweiten Part. Scheiße hab ich wohl vergessen, dass ich eigentlich splitten muss. Ok. Bis dahin.